so voll im event gerade am kämpfen so am nunzen am reinen betteln was ist hier los wieder ja ich glaube die masse von eben kann nix toppen also es war schon echt übertrieben deinem lager ach so ja da waren relativ viele zahlen hast du recht relativ viele ich hau da 20 zauberern die sind immer noch nicht alle tot wo der stalker geht auch kaputt ja da hat viel leben ich hab mal ich hab mal auf sein stalker aber es doch gar kein leben der war gut peter das achse jedes mal ich finde alles gut ja anschluss ist jeder deutsche satz was besondere jeder satze richtig ausgesprochen ja meine ich ja dass der hammer oder nicht hat und ja da wird der mann wieder geil naja ist jetzt schon wieder weg der ochse da hinten war trennt er denn so weit vor ort hatten wir für ein problem das muss mit einer dd schon voll äh nee ein tausendstel von d wussten wir haben ja die selben zauber wie ich mal nicht mal noch mehr mit versterben nicht der tülle der tennispult genug ach peter kommen der typ rennt aber einfach weiter ja wie behindert er ist nicht mehr da tage da geht hat und die fahrt hat und die fahrt oder so wie lange wie lange ist dieses tal schrecklicher fragen und das seht ihr im nächsten ein weiter von den profit dragons profit tümer mit einem dragon ja ich weiß nicht aber irgendwie fest verankert in meiner birne was los in welcher birne mal eine vulkanächse o ein penolo penelo p sorgt dafür dass der warte da auch die kann man nicht sehen das ziel kein drache ist schade eigentlich ja sie nett aus ob es ich hätte nicht anhauen sollen schnell wäre es dort kann wie fällt der aus ich glaube dass immer da ich schlapp mal auf ja ist halt ein elite gegner ne boah guck mal eine komplett andere gegend wow ist die quest weg nein nein diese nicht stehe in euch und ich hab die quest nicht also nicht die quest sondern wir werden fertig schattenjagd abgeschlossen habe ich gar nicht bei mir ist er da vorweg lol wie viel erfahrung hast du manu ja wo wollte ich jetzt gerade gucken 6129 10.000 ja geil von dem level jetzt ja okay dass du 13.000 wahrscheinlich durch die schlöße einfach mal zehn kam er hat wenn immer hier alles an also wir müssen zurück und die andere wieder abgeben die anderen quest ja ja wir haben noch einmal die anderen fertig ich nehme noch nichts an ach komm dass sie mal ruhig annehmen ja vielleicht auch rückblick ja auch schon was war ja da wo ich auch von aus auch die daily da hinten ja da das sind keine daily die kannst du abgeben und sofort wieder machen einfach wiederholbare quest alter wie viele sind das denn bitte ja kommen die blauen quest die die haben die immer fünf mal ja da hat mir gerade dreimal watch your back gesagt guck auf deinen arsch ja mir auch ich glaube der schwul der mpc minimal du bist schwul obwohl kann extra galle brauchen war boah alter ist das hier rot angriff hä was macht denn hier ja auch wenn ich da runter und alle töten ok im dungeon füllt sich das schnell fand ich aber meinst du ein schwerer dungeon das ist der hammer ja könnte gut mehr erfahrung geben komm her vulkanechse ja komm her stirb du bestie alter wie viele zahlen da immer fliegen ne ich weiß ja nicht mal welche zahl was heißt die roten zellen sind euer schaden oder anscheinend ja 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 ich dachte ich werde das stimmt alter ist man zwar sechser krit habe ich nicht gesehen genau hürden lauerjäger hau doch mal ja echt ey er ist schon tot oh loot pull mal ein paar was macht ihr denn wir sind alleine leute wir können dafür alles pullen nein pull doch alle pull nur ein fernkämpfer das ist cool ich denke dass wir nicht getroffen hab mehr 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 achso ihr seid schon abholen aber warte den bus hole ich nicht angriff ja oh falsche taste sind irgendwie trotzdem schnell tot gewesen ja beute 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 hui oh 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 bandit war ich treffte nicht war ich mach das schon die teleportieren sich immer durch einen durch ja voll die kranken dinger ey was haben die denn für fähigkeiten teleportation das will ich auch können ups kann ich ja ok den boss nicht hauen ne ne der kommt ja später per quest ich denke auch sonst machen wir den 4 mal oder 6 mal ja warum nicht ne ja toll durch die ganzen daily quests sehe ich jetzt nicht mehr welche quests ich hier hab haha aber leist den wir in der nähe dann sehen wir zumindest ob die grün sind tafelfragmente erhalten das sieht ja schon mal richtig aus ja davon brauchen wir drei stück das ist auch eins der die hier am tor sind warte mal wer leuchtet denn da das ist der kontakt wir haben übrigens eine zeitlich begrenzte quest angenommen ja 6 minuten 17 sekunden haben wir noch dafür welche denn ja geil ein wettbewerb unter freunden weil dann machen wir das da eben oder und die macht was weiß ich nicht nö machen wir jetzt erstmal die alten quests können wir ja das halt neu annehmen ja also wahrscheinlich von da oben von da oben von gott ja klar ich einfach nur die tasten durch die ganze zeit ne denn kinder wie man weiß im himmel lebt der gott das ist ein fakt der sieht aus wie ein opossum ein faktor komm her wat sieht aus wie ein opossum gott ja hast du den opossum noch nie gesehen nein man darf sich noch kein bild von gott machen achso das ist peter der grad hier tausend leute pullt nein die sind mir so hinterher gelaufen achso mhm klar aufhalsche taste das sind fans bis grad auf der games kommen da schlachtest du alle ab ok jetzt zieh die zusammen und mach da nen bibelschlag krank 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 da läuft bestimmt wieder ein faker rum oder ein cosplayer wie auch immer man das nennen will glp cosplayer wie bei der ja bei der letzten games kommen war da ja einer das war so krank und dann denken die noch das ist der und manche geben die auch als du aus ja klar find ich fand die auch cool da kommt wieder der eine typ mit dem kanal hahaha ja stimmt zuschauer wissen jetzt nicht was wir meinen aber egal ja passt schon ich weiß das ja auch nicht doch hab ich dir gezeigt achso den ok 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 man hör dir mal die roten punkte hier auf wir schlachten hier so viele ab was ist denn los ja massenmörder ne ich zieh mal ein paar zusammen kann ich mir gar nicht ankommen irgendwie kommen wir halt so vor als wenn wir gar keine ep davon kriegen würden komm mit wir müssen ja irgendwelche fragmented truppen oder so also wir haben ja tausende davon ich glaub müssen die müssen die mehr wir müssen die mit hat zusammenfügen oder so achso das wäre doof drei tafelfragmente können mit weißes taugel kombiniert werden um eine tafel zu dingsen ah wir dingsen jetzt was zusammen cool ok äh tafelfragment oh ich hab 20 stück ja eben wir haben schon viel zu viel 42 habe ich und wie setzt man die zusammen äh ja ich sterb gerade bei 2,3 2,3 ja wir haben schon lange genug hab alles wie hast du das gemacht hey wir haben so ein weißes Fläschchen im Inventar wenn man da rechtsklick drauf macht setzt es drei Tafeln zusammen zu einer ganzen dann sagt er uns jetzt wo ist er da als er tötet doch erstmal tue ich doch ich doch auch na gut lass ich den peter sterben ich bin krieger krieger sterbe nicht wir haben alles ab in den süden weißt du aber erstmal 42 Fragmente der sohne hinterher io was geht sohne hinterher io was geht sag nicht io was geht du kannst aber gut singen Manuel ja viele sagen dass ich klinge wie gut hier sohne soll ich mal zeigen so voll krank immer das selber nein das ist ok hab dir die Hauptquest hier abgegeben das ist die Hauptquest hier hab ich gar nicht gemacht ne ich auch nicht warum sagst du das nicht früher weil ich es gerade erst gesehen hab manno kann sein dass ich es schon gemacht hab du also müssen neue Viecher töten hier sind manno und das ist auch eine zweite Quest vom Jackson Mann ach da ist die Jackson Mann Quest die hab ich gar nicht gesehen oh nein guck nicht auf und nett Hart, Faust, Barat ah hier ist der Typie Alter den sieht man ja echt gar nicht können wir machen ein Part nur rückwärts ok können wir machen und ganz reingestrollt in den Charakter ein Part boah da wird man so schnell gar nichts mehr sehen ah ne da ist die Spinne auf einmal müssen wir wieder alles töten ne oooh warum machen die das ja die haben so einen Questgenerator und dann kam immer das selber raus so NPCs stehen Questgenerator an oh das ist öffentliche Event ich finde es ja eigentlich interessant dass bei so vielen MMOs ja noch eigentlich so viel Text bei den Quests dabei ist immer ein Questlog so voll ausgeschrieben warum man was tötet aber aber ich selber keiner liest das effektiv genau effektiv ja keiner kann man nicht sagen es gibt bestimmt ein paar Leute die das lesen aber obwohl ich kenne einen der das auch vorliest wen meinst du ich weiß nicht aber ich glaube der hat das Spiel auch mal gespielt ich glaube wir denken an den gleichen und ich glaube der war auch relativ schnell beim leveln also da kommen wir so nicht dran ich denke auch ja bei WoW habe ich die Quests manchmal noch gelesen ja am Anfang auch als das so neu war für mich so boah guck mal ein Text sie wollen irgendwas cool ne nicht mal später auch noch weil es einfach interessant ist weil da sitzt man eh den ganzen Tag dran am Spiel und dann hat man wenigstens auch gelesen nebenbei das klingt ja geil ne der war mal jung und hatte die Zeit in der Hinsicht man hat es schon wieder falsch verstanden und lacht ne ich habe es richtig verstanden man kann es auf eine Art verstehen ne also zur Info als das Spiel rauskam war ich schon alt ja du bist immer alt wir müssen Beirat Obama töten der lebt schon so lange und kann immer noch nicht seine Muttersprache hahaha hahaha was ist denn da los hä wo sind die Leute denn tot der Peter war als Kind lernbehindert wo sind die Leute hier tot hahaha okay ich muss da doch passend machen so also entweder mir ist das vorher nicht aufgefallen oder du hast dann echt erst seit einem halben Jahr oder Jahr. Wir können rechts eine Quest abgeben. Echt? Irgendwo da rechts drüben. Okay, aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Guck dir die Playlist, schön. Tschüss. Tschüss.